Wir sind jetzt hier im Berg Sporn. So liebe Juter, wir sind hier zwischen Remscheid und Wermetskirken, also Bergisch Sporn nennt sich das, und probieren jetzt einen neuen Radweg aus. Und zwar ergabelt sich der Radweg nach Marianheide. Marianheide, das ist ein Begriff, das liegt bei Köln. Von Bergisch Sporn, also wie gesagt, zwischen Remscheid und Wermetskirchen, zweig den Radweg ab. Der Radweg heißt Balkanweg, der neu entstanden ist zwischen Remscheid und Wermetskirchen. Später gibt es noch eine weitere Führung nach Leverkusen, aber anscheinend irgendwie schwachmütig kommt Leverkusen auch noch nicht richtig aus der Brücke. Mit der Ergänzung des Radweges nach Leverkusen zum Rhein. Jetzt gabelt sich der Bergisch Sporn, gabelt sich Richtung Marianheide. Und diese Abzweigung verfolgen wir jetzt mal, fahren mal einfach so weit es geht. Es war keine Lust, mal gucken, meine Frau ist dabei, ich weiß nicht wie, wo, wann, wie schlapp macht. Okay, alles klar, erst mal Ende. Ja, Marian. Halt mal Ihre Kamera in den Finger. Da oben, wie gesagt, das ist der Radweg. Wir sind jetzt auf dem Abzweig und da oben ist der Radweg, der dann nach links Richtung Wermetskirchen fortsetzt. So, da kommt auch der Opa. Der wird jetzt wahrscheinlich noch mal den Zug rein zufällig einen kleinen Lauscher machen. Mal gucken. Mal gucken. kurz kommt. Ich Start.. Das was das nicht! Mal gucken. Ich Freunde? Nee. Ich lasse das. Bei mir漂 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020